Die Blomper 1000 vom Nürburgring. Es kämpfen um den Saisonsieg. Bernd Schneider und Maximilian Buch im Mercedes SLS. Gegen Frank Stippler und Christopher Mies im Audi R8. Das Duell des Jahres über die legendären 1000 Kilometer. Sei dabei beim großen Saisonfinale der Blomper Endurance Serie. Am 22. September am Nürburgring. Am 22. September am Nürburgring. Am 22. September am Nürburgring. am in R425 von Account Akon profitiert.